Hey Leute, herzlich willkommen zu einer fünften Folge von Minecraft Lash zusammen mit Leon. Hallo. Hallo. Aufnahmen am 20.12.2014, freundliche Weihnachten und so weiter und so fort und ja, wir gehen mal auf dem Server drauf. Ja, ich glaube, wenn diese Aufnahme schon raus ist, lange schon 2015. Schon lange. Ach ja, am Boden mal wieder. Ach, die gute alten Bodentaktik. Ja, ganz am Anfang. Warte, ich verwarte meine Animationen. Wo sind wir denn hier? Ach so, stimmt, wir waren ja am Hausbau gerade dran. Ach, das Weihnachts-Update mal wieder. Ach, herrlich. Genau. Ja, jetzt muss ich nochmal die komplette Welt laden. Was haben wir noch mal letztes mal gemacht? Wer hat das Haus gemacht? Wir haben das Haus gemacht. Wann haben wir das erst mal aufgenommen? Letztes Mal aufgenommen. Ach hier, guck mal hier die Specialist Edition mit den Kisten. Das habe ich gerade gesagt. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben aufgenommen. Das weiß ich gar nicht mehr. Von der Woche? Ja, von der Woche müsste es sein. Ungefähr, ja. Ja, kommt hin. Ich grasse mal unseren Teilchen nach Clay ab. Ich mach grad einen Weg zu uns, von uns, zum See. Oh, du Oktopus. Wir werden jetzt eh, ähm, wir werden jetzt eh nicht die ganze Zeit hier bleiben. Wir werden jetzt hier ein paar Folgen bleiben. Und dann werden wir wieder weiterziehen. Deswegen das Kist reinräumen und sowas, das lohnt sich gar nicht. Und wir müssen aber auch dann, äh, Staff hier lassen, weil... Ja, je so unnötiges Zeug wie Schwarz, Schwarzpulver oder sowas, was man nicht braucht, wird dann hier gelassen. Mich hat es ja letztes Floodler Düsseldorf Let's Play gefragt, ob er auch mitmachen kann. Wer? Düsseldorf Let's Play. Düsseldorf Let's Play hat gefragt? Ja. Was hast du gesagt? Nee, war mal eine Antwort sondern. Nee! Okay. Wir haben ja eigentlich schon lange angefangen. Ja, und wenn ja jemand mit Wort, dann können wir es ja in die Vergangenheit besprennen. hinkommen aber ich meine wenn er einfach sagt nö ihr seid so scheiße und so dann ist es ein bisschen übertrieben eigentlich haben wir ja das projekt angefangen und dann dürften wir eigentlich auch entscheiden so der weg ist fertig setz hier mal diese komische mesehrosen ich bin es ist da ist noch ein also von klären wie viel hast du denn bis jetzt das ordentlich was wir müssen mal um langsam wieder auf vielen tun ich habe nur noch acht kohle und in den öfen sind auch nur noch drei stück also und müsste das mal wieder los hatte mal ich schreibe ich schreibe am besten mal die koordinaten auf kannst du die auf papier schreiben hast du mit papier zu und er hat die familie das kann ich auch nutzen ja okay dann schreibe ich sie in den chat schießen äh neue notiz das ist minus so das ist die koordinaten x-koordinate 172, dann wäre dann y wäre oder und e, nämlich 63 und z ist dann, ähm, minus, also das ist ja eine ordentliche Zahl, 1176, perfekt, von was ist das? äh, das ist hier direkt vor unseren Kisten, wir werden das Haus auch nicht abreißen oder so, das lassen wir einfach hier und falls wir hier in der Nähe vorbeikommen, können wir dann wieder hier Unterschlupf suchen so, ich hab jetzt für die Koordinaten hier auf mein Handy geschnitten, äh so, das können wir noch da rein ich werde hier mit dir von, äh, von paar Kommentaren, die wir haben, wenn jetzt fragen wir... was denn für heißt, mach mal Werbung wir machen können wir Werbung also, ich hab hier jetzt nochmal 45 Leder wenn wir jetzt Dias finden, ich mein, wir haben auch noch 48 Zuckerrohr, dann sind wir eigentlich, haben wir schon zaubertisch mit Büchern ähm, äh, äh, äh äh, äh, äh hast du denn Diamanten? nein, sind, äh warte, guck mal, hier sind es 6 Stacks und, äh 8, 20, ok ja, so viele werden wir eh nicht brauchen ja da ist aber eh nur was übrig, falls wir auch noch was haben wollen Ja, so ein kleines Piepen habe ich gehört, ja. Also wir könnten eigentlich auch schon weiter gehen. Ach so, ich habe die Animationen ausgestellt, ich versuche die gerade mal zu finden. Egal, ich bin dafür, dass wir jetzt noch hier entscheiden, was wir mitnehmen und was nicht. Ich würde mal sagen, die Leder nehmen wir mit, die Arrows, wenn wir das Redstone, äh, die Nametags sollten wir mitnehmen, das Gold sollen wir mitnehmen, die R sollen wir mitnehmen. Generell die ganzen Erze mitnehmen. Da, Monoson, also die, die Sonne ist bei mir da. Naja, dann, ich glaube, ich habe die auch rausgestellt, warum eigentlich. Die geht, ähm, Richtung unter. Also wir sollten erst die Nacht hier verbringen. Ja. Wir haben ja noch Betten. Warte mal, die kommt da auch mal rein. Ah, die mache ich mal zusammen. Wenn du irgendwie noch Werkzeuge hast, die du zusammen machen kannst, dann mach die zusammen. Ich habe ja keine mehr. Ich habe meine Kiste. Ah ja, hast du mir abbauen? Animasen für Kisten. Nein, nicht abbauen, die können wir ja hier lassen. Warte, lässt das Holz ernsthaft hier? Ja, mein Inventar ist voll. Ich habe mein Inventar, das ist vollkommen leer. Was wollen wir denn noch mitnehmen? Entscheide du hier mal, ich habe hier irgendwie... Die Schere würde ich noch mitnehmen. Ähm, das Glas. Die Knochen, die Knochen, die Knochen. Knochen auf jeden Fall. Äh, Flin, Kürbis irgendwie. Das ist ein bisschen eher, äh, Kürbislast noch Platz? Ja. Ja, ja. Federn, Federn auf jeden Fall. Äh, was soll ich hier, äh, ja, viel Holz. Hast du noch eine Werkbank? Nee, habe ich nicht, ich habe eine. Komm, jetzt zwei. Okay, ich habe eine, weil sonst könnten wir ja Dings... Wir müssen ja eh noch hier verbleiben. Ne, den... ey, du lässt ernsthaft den Sattel und den Wasser einmal hier? Ja, Entschuldigung, wenn man in der Tafel ist, ich nehme einfach die zwei Betten auch mit, also habe ich... Dann habe ich nur noch einen und dafür nehmen wir auch für eine Werkbank. Ich habe auch noch ganz viel Platz, ich kann die auch mitnehmen. Jetzt habe ich auch eine eigene. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt mal ins Bett gehen werden. Ja. Dann können wir mal in der schnellsten los. Ach, du hast dich aufgelassen. Scheißegal, wir sterben eh nicht. Äh. Äh. Ja, irgendein Fisch kommt, ein Fischkopf kommt hier. Wenn dann schon kommt nur ein Zombie. Ach, warte mal, wir sollten uns vielleicht noch mal ein neues Schwert machen. Ja. Ja. Meins ist fast kaputt. Dann lasse ich das kaputt einfach hier. Ja, gut. Oder ich behalte es erstmal im Inventar. Ach, die Pfeile... Ach, die Pfeile hast du denn noch? Ach, die Pfeile hast du denn noch? Ach, die Pfeile hast du denn noch? Okay, ich habe noch 51. Ach, süß. Okay, wir haben... Wir müssen trotzdem auf Füllentour gehen. Die Drohnen nehme ich auch mal mit. Die Weizensamen. Ach, ich... Soll ich schon mal die Wetten abbauen? Ja, mach schon mal. So, mehr brauchen wir... Dann mache ich mal das kaputte Schwert so zusammen. Äh, jetzt habe ich noch ein halbes... Das Feuerzeug ziehe ich mir mit. Ich bin voll. Und die Öfen nehme ich natürlich nur mit. Und die Werkbank. Was wollen wir mit allem irgendwo ausstauen? Ich gebe dir den mal. Ey, ne, mach. Weil doch das... Ich brauche mir doch eh nicht. Ja. Weil ich lege das alles mal in die obere... im oberen Teil der Kiste. Können wir eine mitnehmen. Ah, Junge. Komm schon, ey. Das ist jetzt auch scheiße. Ich gebe das Ding mal in die Bank. Das heißt genau... Ich habe die neue Axt. Ich habe genau die Falsche abgebaut. Das war so doof. Das kann ich dann nicht gebrauchen. Hä? Wir können lösen. Das Glas. Ja, das reicht jetzt. Ich nehme die Weizensamen auf Vorsitzender mal mit. Ja, nur zwei Name-Lags. Andere. So, Feuerzeug habe ich auch noch. Oh, schade. Oh. Oh. Ja. Haha. Okay. Ja, wir können los. Los geht's. Los geht's. Lalalala. Okay. Laufen wir um die Richtung hier. Hm? Joa. Der Ort hat mir von Anfang an nicht gefallen. Ist schon nicht schön. Oh. Disco Creeper. Ich habe dich gerade geschlagen. Wolle. Okay. So. Oh, hier ist Fichte. Ja, komm. Wir wollen eh die ganze Zeit weiterreisen. Moment. Wie viel Essen hast du noch? 33 Steaks. Gut. Ich habe noch 25. Ach, hier sind auch noch mal viele Tiere. Mitnehmen. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Dann kann ich die mitnehmen. Dann kannst du mit... Komm, was kann ich hier lassen? Komm, die Büsche lass ich mal. Du Schatz, die Kühe ich die Schweine. Okay. Joa doch, nein. Guck mal, das hab ich so. So, hier sind ja alle Platz. Ja. Ach, ich hätte die Kühe noch erstmal anzünden können. Das wäre auch gut. Dann hätte man direkt, ähm, gebratenes. Aber das wäre eine Idee gewesen. Lol. Aber ich habe das Gefühl, dass mein PC leckt oder der nicht spielt? Äh, oder der Server? Der Server leckt nicht. Bei mir läuft alles flüssig. Dann lag das gerade an meinem PC. Du hast einen NASA-PC. Ich kaufe mir eh bald einen. Ich habe eh jetzt Geld bekommen zu Weihnachten. Stopp. Nö. Das ist eine Außenseiter. Ey. Weg da! Okay. Der ist ein richtiger... Ich habe direkt eine Kohle gesehen. Wir müssen unbedingt Kohle mitnehmen. Wir haben gar keine mehr. Hier ist Kohle. Da ist doch Kohle. Da ist doch eine Höhle. Wir können ja direkt reingehen. Wir brauchen Materialien. Eier, Eier, dauernd, Eier. Ja. Vor allem Kohle. Habe ich da gerade weggerufen? Das Glas, okay. Ach, zwölf Facken und hier ist noch Kohle. Ich leuchte schon mal aus. Hier ist gerade ein kleiner Wassersee, da ist aber nichts drin. Oh, oh, ja, das ist jetzt 200, das ist 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 200. Ja, hier, 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 wenn man ganz krank, wenn man weiter in die links rein geht. Geh da weg, geh da weg. Wo bist... Geh da raus, geh da raus. Nö, ich mach dir schon gerade alle platt. Warte, werdet mal ganz kurz stehen. Ich grabe mich zu dir runter. Drei Eisen, hier ist wieder Name-Tags drin. Okay, Rüstung, Eimer, das können wir alles nicht mitnehmen. Rot, ich kann aber Redstone mitnehmen. Nehmen wir es mal mit. Wir haben schon zwei eiserne Linksrüstung. Ja, die brauchen wir nicht, die Sättel. Ich habe jetzt insgesamt zwei Sattel. Soll ich die anderen Rüstungen auch hier lassen für Pferde? Die goldenen auf jeden Fall. Ich hab keine goldenen, ich hab so zwei eiserne. Wir nehmen schon seit 14 Minuten und 20 Sekunden auf. Bei mir ist es 40 Sekunden. Ist ja egal. Komm mal zurück in den Spawner. Ja, dann, wenn wir da die Aufnahme warten. Wir lassen ihn einfach hier, wir zerstören den nicht. Nein, nein, wir lassen ihn nur hier. Ich nehme mal das ganze Brot mit. Dann, ähm, ich würde mal sagen, dann lögen wir uns aus. Genö. Oder? Jo, und dann, ja, danke fürs Zuschauen, ne? Lass die Bewertung da bei beiden, schaut bei beiden rein. Und dann, ja. Tschüss. Tschüss.